so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge wow nices bild gerade zu einer weiteren folge eurotrack simulator ja und ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspringen in die zeit von die zeit her und mal gucken wir jetzt mal dieses geschwindigkeitsdienst vorbeifahren ja auch wieder eine geschwürdigkeit angezeigt bekommen das würde mich das schon hart mal nein ich will mich aber hart interessieren so das letzte das musste kurz davor gewesen sein wahrscheinlich zu kurz davor eine minute davor es kommt das ist nicht richtig verdammt und doch doch ist genau richtig ha oder ne da vorne ist ein schild oder oder ist es da vorne jetzt gleich ja da ist es aha aha guck mal jetzt hat es funktioniert jetzt hat es geleuchtet warum hat es denn vorhin nicht funktioniert verrückte welt sehr verrückte welt ich liebe diese dinger btw also sowohl im reellen als auch gerade dadurch auch im spiel ich finde es immer schön wenn man mit sachen interagieren kann vor allen dingen wenn sachen anfangen zu blinken ist sowieso immer geil äh sie haben post what wieso bin ich hier nicht digger was wir hatten doch 11.000 bank oh wir haben aber auch 11.000 äh okay das macht Sinn äh 11.000 und jetzt die 1000 was auch immer gerade verlustet in einen fahrer ja das ist unfortunately aber auch egal äh oh jetzt ist der sonnenaufgang alter diese sonne ähm ja wollen wir bekommen definitiv genug geld da sind wir enden und kommen wir nichts wieder aus hoffe ich hä habe ich nicht gerade mein tempomat aktiviert leute was macht euch achso halt die musik fehlt ja Das sagt aber halt doch keiner Bescheid, ne? Woher soll ich das denn wissen? Ja, da hinten sieht es echt abgeschnitten aus. Ah, nee, das ist mehr. Ah. Lol. Cool. Stimmt, wir sind ja hier relativ nah an der Küste, ne? Ja, hier, wir sind ja relativ nah an der Küste. Das große, weite Meer. Cool. Das große, weite Meer. Das große, weite Meer. Aha, siehst du? Schauen wir wieder raus. Auf die Schulden. Sehr geil. Immer geradeaus. Ja, wir sehen uns ja. Das war's für heute. Boah, Alter, die Sonne wirkt gerade auf meine Strümpfe, unten auf meine Füße. So warm, Alter. Schon wieder am Brüten hier. So warm, Alter. So klingt, wenn die Macher von Resident Evil anfangen, Dubstep zu machen. So warm,いつ sah ich meine, ich lach gut aus, bedanke mich. Rechts halten, dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Was labert die eigentlich gerade für Müll? Wiege nach rechts ab. Ja, ich bin... Verrückt dich Ronny. Alles was du jetzt sagen würdest, könnte man als sexistisch auffassen. Also lass es einfach. Okay? Schluck es einfach runter. Mit nem schön starken Tequila. Und dann lass es gut sein. Frauen am Stau... Verbrücken uns bitte wieder alle. Oh mein Gott, wieder wird brennen. Ich verstehe immer nicht bei diesen Liedern. Diese Vocals die sie einspielen. Soll das irgendwie gruselig sein? In dieser... Machines. Äh... Also entweder arbeitet man richtig mit Vocals. Oder man lässt es einfach. So bei dem Lied jetzt wieder brauchst du keine Vocals. Zwischenzeitlich. Ich störe nur. Please stop it. Please stop it. Bege nach rechts ab. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer fünf Blitzer. Was ist das? Gehen so Blitzer aus? Hm. Ich hätte auch Bock und dazu fahren. Manu. Warum soweit die Auflage für 80 zugelassen? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Jetzt füge ich recht runter. Ja. 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 das dauert ja aber nach links nutze ich aber auch nicht weil ich von rechts abbiegen muss weder bieb auch nach rechts ab dann haue ich ihn immer geradeaus demnächst rechts abbiegen rechts abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus immer geradeaus wiege nach links ab immer geradeaus am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen der fahr füge schnell ich will das protokoll ich muss meine kamera bedrehen wie ich mein lenkrad was hast du gedrückt ja jetzt mal bremsen rechts halten und dann rechts abbiegen liege nach rechts ab liege nach links ab den nächsten rechts abbiegen biege nach rechts ab rechts abbiegen rechts abbiegen rechts abbiegen rechts Okay, lass uns eine neue Route finden. Warum? Was muss mit dieser Frau? So, wir müssen nach oben. Ach, ich sehe nur eines hier. Kann ich auch. Es regnet gerade? Ah, sieht sehr nach Regen aus. I don't like it at all. Es regnet. Ach man ey. Oh Leute, das hat verdient. Oh Gott. Ich dachte, ich muss hier lang fahren, aber hier ist gesperrt. Da muss ich lang. So, jetzt muss ich aufpassen, bevor man den Auflieger lenkt. Ich muss schon in der LKW. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Danke. Siehste. Also man muss nur freundlich vordringeln, dann muss man auch reingelassen. Reißverschlusssystem. Reißverschlusssystem. Wiege nach rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. 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 Ich grafen mal. Warum darfst du stehen? Ich mag Straßenbahnen. Habe ich zum Glück nur schon 300.000 Mal erzählt. Genauso wie Züge. Habe ich auch nur 200.000 Mal erzählt. Da kann ich nicht davon ausgehen, dass ihr schon wisst. Also muss ich noch mal erzählen. I like trains. Ja, 720 PS, äh, 750 PS... So oder so ähnlich. Oh nö. Es ist auf Droh, I don't like you at all. Bitch. Super Ronny! Wow! Echt, wow! Oh, ist das schon gut? Ich dachte, ich kann mal kurz Niggaschen machen oder so hier, aber nö. Natürlich nicht. Ich habeную Verühmelt Verhältnis Bitte links halten. Ja, schön. Dann soll es auch für diese Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Geht denn dann wieder. Bis denn dann.